Der Stürmthaler See in Sachsen, Ort eines Verstoßes gegen Recht und Ordnung. Der Vorwurf? Illegaler Weinbau. Um dem verbotenen Treiben nun ein Ende zu setzen, sind Hobbywinzer mit Schaufeln angerückt. Ihre Mission? Die Reben ausbuddeln. Eine EU-Verordnung hat die Aktion nötig gemacht, denn eine Reihe von Vorschriften erlaubt den privaten Anbau von Wein ausschließlich auf einer Fläche von bis zu 100 Quadratmetern. Der Weinberg am Stürmthaler See ist schlicht zu groß. Kleingärtner freut's, die gerodeten Pflanzen werden verkauft. Jetzt ist es halt so, dass wir das jetzt ausgraben und dann in drei Wochen wird es wieder neu bepflanzt, also total schwachsinn. Das passiert dann nicht gegen das EU-Recht, wenn es in drei Wochen wieder bepflanzt wird? Jetzt dann neue Pflanzen sind und es wurde dann also gleich in Parzellen praktisch gepflanzt. Das geht in kleinen Parzellen, aber nicht in einer großen Fläche. Bis 99 Quadratmeter oder so gibt es da als so einen eigenen Bedarf oder für Hobbywinzerei oder so. Also wir wollen ja niemandem irgendwas wehtun oder so, das ist eigentlich nur von eigenem Bedarf. Mehr ist eigentlich nicht gedacht. Das kann man eigentlich nicht nachvollziehen, wirklich. Gut, aber ich bedanke mich, es geht jetzt nach Hause in die kleine Parzelle, in den kleinen Garten. Gut, also alles Gute. Der Verein, der den Berg bislang bewirtschaftet hat, nimmt je Pflanze 10 Euro ein. Mit dem Geld will er neue Reben kaufen und an gleicher Stelle wieder einpflanzen, ganz legal. Absurd, weil das sächsische Umweltministerium die EU-Weinmarktverordnung besonders streng nimmt, muss der Hobbywinzerverein buddeln. Harte Arbeit für die einen und viel Bürokratie für die zuständige Gemeinde. Die hatte die Pflanzen vor gut vier Jahren eingesetzt, um das Seeufer zu verschönern. Der Fehler war wirklich, dass die Gemeinde die Pflanzen in den Boden gesetzt hat und nicht das jeweilige Vereinsmitglied. Die Gemeinde hat den Berg nachträglich in Parzellen für Privatwinzer unterteilt. Doch die Weinbaubürokraten ließen sich nicht überzeugen. Es geht um jeden Quadratmeter. Die Fläche, in der wir uns jetzt hier befinden, sind die 99 Quadratmeter, die in Deutschland erlaubt sind, wo jeder für seinen eigenen Gebrauch Wein anbauen darf und als Hobbywinzer bewirtschaften darf. Und das ist die Fläche, die jetzt von der Rodensverfügung nicht betroffen ist, sondern die die Gemeinde sozusagen behalten darf. Die Weinernte war bislang spärlich. In diesem Jahr wird sie ganz ausfallen. Die Privatwinzer wollten nie professionell keltern. Es ging um ein gemeinsames Hobby und endete mit einem Rechtsstreit über Weinbau. Das war's für die Fläche, in der wir uns jetzt hier befinden. Das war's für die Fläche, in der wir uns jetzt hier befinden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.